Sie haben das viele Jahre trainiert, Tag und Nacht. Seit zwei Jahren finden Sie zusammen auf und heute fragen Sie uns, was Diabolo heißt. Jetzt gehen wir richtig Gas. Gestern Abend waren wir noch im Spieltheater Hamburg in der legendären Spitz-Mitternachs-Show. Heute sind Sie bei uns, exklusiv präsentiert von unserem Premium-Sponsor Harting. Aus Berlin, Bello Jakob und Lukas Stelter, alias Twinspin. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.